Pokémon Uranium Okay, ich liebe die Schlammbads. So, der Panzer. Das ist okay. Ich greife speziell an. Es war aber guter Damage, für das es nicht sehr effektiv war. Das bringt dir einen Scheiß, weisst du das? Einen Scheiß bringt dir das. Komm schon, eine Vergiftung noch und dann war es das schon. Nein, okay. Zieh zurück, warum? Dumm. Der Schaf. Wir bleiben beim Schlammbad. Definitiv. Schlebre ist so cool und schnell. Ich mag's. Oh, Vergeltung. Sollte nicht allzu viel Damage machen, aber ja, doch mehr als ich dachte. Auch noch den Silber. Ne, wir machen Schockwelle. Wir brauchen den Treffer jetzt. Silber auch hätte meine Werte boosten können, aber so viel Glück habe ich bestimmt nicht. Und Level 41 schon. Die Genesung? Das könnte was sein. Wobei, Schlammbad und Schockwelle brauche ich erst der bazackten. Silber auch, ist auch ziemlich gut. Und Body Slam kann das paralysieren. Wisst ihr was? Ne. Ne. Ich kann ja mit Tränken heilen, wenn's sein muss. Oh, das angeschlagene Typ hat schon wieder. Bleiben wir bei der Schockwelle. Das ist so doof, was der Typ da macht, ne? Schockwelle. Boostet die Werte seines Pokémon und dann wechselt er es aus. Oh, eine Staffette, ja. Halukat. Weiß ich nicht, was das ist. Wir sehen uns an. Oh. Schockwelle? Fragezeichen. Lebenssauger. Wow, okay. Mehr Damage als erwartet. Wieder fährst. Du bist dran. Das ist von Typ Flug. Wir testen einfach mal den Walzer. Äh, Verzeihung. Viel zu viel Schaden. Äh, okay, ne. Das bringt nicht so viel. Unschön. Oh Gott. Was ist das für eine Bestie hier? Sieht halt wie ein... Ach, Kira-Ferz. Warum? Metallklaue. Ah. Ja, toll. Ich kann ihm kaum was anhaben, so. Das war wieder gut Schaden. Das war wieder gut Schaden. Das war's für Kira-Ferz. Was mache ich denn gegen das Vieh? Was mache ich denn gegen das Vieh? Samarie, bist du schneller? Bist du vielleicht schneller? Ich habe nur noch dreimal Surfer. Aber Samarie ist schneller als dieses schnell aussehende Pokémon. Und das reicht natürlich nicht. Müsst du mich verarschen? Kannst du auch noch was anderes als diesen dummen Lebenssauber? Ich meine, die Taktik, sie funktioniert, ja. Blutdurst ebenfalls noch. Wow. Was für eine Bestie. Das würde mir sehr mein Leben erleichtern, wenn ich wüsste, was das für Typen sind. Ich bin doch nicht bereit. Nee, bist du nicht. Ich war auch nicht so bereit. Mein Team hat sehr gelitten. Hier, Supertränke. Samarie heilen. So. Beleber, habe ich Beleber. Ich habe ein paar, ja. Schlebri. Und Gira-Ferz. Aber hauptsächlich darum, dass sie Erfahrungspunkte mitnehmen können. Nämlich... Nee, Samarie ist schon in Ordnung an der Spitze. Und dann möchte ich Schutz einsetzen. Sonst komme ich ja gar nicht voran. Superschutz. Ich habe noch drei Stück. Okay, aber... Ja, da hätten wir ja durchgehen können. Wir kommen von da unten. Da ist nichts. Da bekämpfen wir gleich den da. Den hier. Dieses Öl ist zu dunkel. Möglicherweise habe ich eine Nachtsichtbrille. Nachtsicht oder Nacktsichtbrille? Das wäre interessant zu wissen. Sehr viele in der Terras hier. Sehr viele in Zahlen. Zwei, ja. Wobei, drei mit meinen bisher, ja. Und... Wow. Das wäre... Weniger Schaden, als ich gedacht hätte. Jetzt ist der Surfer auch alle. Problem. Grosses Problem. Grosses, grosses, grosses Problem. Das sind Volltreffer. Ach du Kacke. Stachler. Komm schon nochmal Stärke. Leicht aus, oder? Danke. Ich darf jetzt nicht wechseln. Mein Team darf nicht zu viel Damage nehmen. Burgan. Ja, okay. Sie sollte ich klein kriegen, aber dafür brauche ich ein bisschen AP. Was habe ich denn hier alles? Ich habe Äther, ja. Schau, Marie. Und Surfer bitte erhöhen. Sehr gut. Steinhagel muss ich in Kauf nehmen. Ich bin aber schneller. Und zwar, Marie. Ich hoffe, der Angriff reicht. Natürlich nicht. Ah, Gott. Das war... Das war unnötig. Das ist ja wirklich unnötig. Wir sind sonst noch schnell. Per Fumet. Oder per Sean. Gut, mein Freund. Ja, die verdammten Stachler. Die da rumliegen. Machen wir die Vergeltung. Boah, schna... Scheissgefährlich. Scheissgefährlich. Diese Höhle ist ein Problem. Ein Königreich für einen Arzt. Einen wandernden Arzt. Oder eine Krankenschwester. Oder irgendjemand, der meine Pokémon heilen kann. 47. Okay, das war's. Die Brille bringt ja gar nichts. Naja, dir vielleicht nicht. Aber mein Team ist ziemlich am Arsch. Okay, jetzt muss ich haushalten mit meinen Items. Ich darf nicht alle Beleber aufbrauchen. Ein Trank für dich. Ein Trank für dich. Ein Trank für dich. So. Laterra bleibt an der Spitze. Und weiterhin erkunden. Gehe ich erstmal hier hoch. Expertengurt. Wäre sehr gut. Moment. Da oben könnte ich kämpfen, oder müsste ich? Was ist hier unten? Okay. Oh nein. Wieder ein Spuket. Spuket. Ein Spuket. Es spukt ja. Spukt nicht, ne? Ja, komm. Ich möchte es bekämpfen. Das arme Pokémon. Ich hoffe aber... Oh nein. Ich hoffe aber nichts. Schattenstoß. Okay, gut. Ich hoffe aber nichts. Okay, passt. Dass es Dingens hat. Schwebe und hat es nicht. Okay. Konnte man machen. Item ist weg und ihr wisst, der richtige und einzige Weg führt hier oben lang. Hier nehme ich. Das Item nehme ich mit. War ein Fehler. War ein Fehler. Aber ich lerne es halt nicht. Ich lerne es halt nicht. Wir machen den Schaufler. Schattenstoß. Ist in Ordnung. Ich puttel mich ein. Und ich sollte zuerst rankommen. Ja. Und es besiegen. Es scheint keine guten Werte zu haben, aber... Ich möchte es mir mal ansehen. So, und dann bist du an der Reihe. Achtung. Gefahr voraus. Okay, dieser Psycho könnte mir jetzt das Genick brechen, theoretisch. Theoretisch ist mein Team ziemlich angeschlagen. Das ist schneller als ich. Das ist ein Problem. Das macht gewaltig viel Damage. Ist jedenfalls ein Problem. Seer. Ist noch mehr ein Problem. Weifer fehlt. Weifer fehlt. Hat es mich wirklich nicht gesehen? Äh, wir versuchen noch kurz anzugreifen. Jetzt kommt der Seer. Okay. Gib mir eine Runde mehr Zeit, um anzugreifen. Reicht's aus? Komm schon. Nein, natürlich nicht. Okay, das war's. Morgenkla... Jetzt kommt diese Scheisse wieder. Ja, jetzt kommt diese Scheisse wieder. Kein Volltreffer. Toll. Psychonese. Okay, das war's für Naterra. Okay, okay, okay. Wer vom Med ist noch am Start. Ja, das trifft sich gut. Das nimmt vom Seer auch keinen Schaden. Und deswegen prügeln wir die Scheisse jetzt aus dem Vieh raus. Das ist viel zu mächtig, dieses Morgenrauen. Komm schon. Mein Team besteht nur noch aus vier Pokémon, aber es reicht. Gute Arbeit. Ist der Kampf vorbei? Bitte? Ist der Kampf vorbei? Ja, Seer. Seer trifft... Man trifft mein... Oh, na, warum? Warum trifft das? Problem. Ne, wir bleiben drin. Warum trifft der Seer mein Unlicht-Pokémon? Übersehe ich da grad irgendwas, oder... ...wurde da geschlampt beim Programmieren? Ich frage ja nur. Gewissheit. Nichts da, mein Freund. Du kriegst gleich eine Gewissheit, und zwar den Kreuzhieb. Der hoffentlich trifft, ja. Level 47 schon, ist unglaublich. Und hat einen Megastein, ja. Ich weiss zwar nicht, wie ich die Mega-Entwicklung durchführen kann, aber es hat seinen Megastein. Wir haben einen Megastein gefunden und genau das richtige Pokémon dafür. Das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Oder halt so programmiert, ich weiss es nicht. Wir gehen ins Wasser, dann nehmen wir Metalux an die erste Stelle. So. Und für ein Labyrinth habe ich das bisher ziemlich gut gemeistert. Ist das schon der Ausgang? Mir wäre es eigentlich recht. Frage. Ist das jetzt... Ist das jetzt wieder so ein... So ein Spukett? Ja. Aber ist in Ordnung. Mit dem Prügel sollten wir es eigentlich klein kriegen. Ich sehe den Kiefer, den es da teilweise zeigt. Das ist beängstigend. Wow. Ob es seine Verteidigungswerte sind scheinbar nicht so das Wahre. Scheinbar. Ja gut, ich meine... Wer von mir levelt auch allen davon, ja. Muss man zugeben. So, ich möchte hier drin nichts verpassen. Oh, hier könnte ich bestimmt dann tauchen. Ein Pokémon könnte unter Wasser gehen. Aha, das merken wir uns. Hier auch. Schutz. Äh, ja bitte. Müssen wir uns merken. Tauch gibt es hier auch. Das ist so dumm. Und hier ist bestimmt nochmal... Ne. Oh, da ist aber eine helle Tür. Das ist der Ausgang, oder? Moment. Hier noch ein Item. Hier. Hier. Ne. Okay, verschwinden wir. Schnell raus hier. Route 15. Lass mich mal hier oben noch nachschauen gehen. Aha. Ableit-Hieb. Ableit-Hieb, das könnte doch was sein. Das könnte echt was sein. Ich muss mir die Nummer merken, wenn ich da was machen möchte. Ableit-Hieb, hier. Hat der Stärke von, war 60? Ne, ich glaube nicht, oder? Abwarten. Abwarten. 75 ist hier sogar. Oh, das wäre stark. Kreuz-Hieb ist halt... Hohe Volltrefferquote und 100 Stärke. Aber Ableit-Hieb wäre halt nicht schlecht. Ne, wir nehmen die Ver... Ja, wir nehmen die Vergeltung raus. Ich glaube, das ist eine Idee. Ich glaube, das ist eine Idee. So. Dann war da oben noch ein Typ, den wir auch gleich bekämpfen könnten. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen umschauen. Und da oben schwimmt einer. Oh nein, es geht viel zu weit hoch. Ne, geht's nicht. Gedankengut. Auch nicht schlecht. Ziemlich Gedankengut, wenn ich Gedankenschlecht... Da könnte ich auch wieder tauchen, nehme ich an, oder? Was bedeutet das hier? Nee. Gott, diese Route ist riesig. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, gib mir noch Schutz. Oh nein, hier ist so viel zu sehen. Lass mich mal kurz auf die Karte blicken. Vielleicht ist Richtung Norden gehen der richtige Weg. Ja, ist es. Ich sollte mich erst mal da unten umschauen. Da unten dürfte nicht mehr allzu viel sein. Ah, er hat mich gesehen, obwohl ich im Wasser bin. Ich stamme aus einer großen Familie von Angeln ab. Fischen ist mein Vermächtnis. Das ist ja schön. Ich möchte jetzt hier nicht allzu viel verpassen, versteht ihr? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Okay, pass auf. Wir machen Ableithieb auf Kapalodes. Und Laubklänge auf Bojeline. Bojeline, natürlich schneller, natürlich. Ja, ja, dummer Studel. Ich mache mir halbwegs viel Schaden. Ja, doch, doch, doch. War gut, war gut. Und nun, Metalux. 42 sind unsere Gegner. Nicht zu verachten. Nicht zu verachten. Ja, Bephomid ist überlevelt. Sehe ich ja ein. Naturkraft. Fahrt an sich in Hydro-Pumpe. Okay, weil nicht Metalux. Ähm, ja, machen wir einfach so weiter. Bershon kommt eh zuerst ran und kann sich noch ein paar KP sichern. Bershon, Bephomid. Du kannst sie aussuchen, mein Freund. Ich denke, beides ist okay für dich, ja. Oh, ich wollte so gerne seine Mega-Entwicklung sehen. Verflixt. Meine Schnur ist gerissen. Ah, wenn ich schon mal hier bin, gib mir das da. Donnerblitz. Donnerblitz. Grüßer. Als Schockwelle. Äh, hier. Ich wechsle es immer. Hier. So. Der. Bephomid. Könntest du das auch lernen? Ich meine, Schockwelle trifft immer, ja. Trifft immer. Ich habe nur 60 stark. Donnerblitz ist hier 90. Ja, kein Thema. Kein Thema. Schockwelle weg. Und Schlebi lernt Donnerblitz. Fantastisch. So, was ist das hier? Das Kamehaus vielleicht. Ist ja eine coole Anspielung. Glaube aber nicht, dass sie das gemacht haben. Lieber Heiler. Kann man auch immer brauchen. Okay, sagen wir mal, Mutenroschi und Lanshalo. Vielleicht. Naja, Mann, Frau. Meine Frau ist immer nicht zu reisen in Tränen. Sie baut die besten Kekse. Ihr nehmt einen auf den Weg. Ein Lavakeks? Dankeschön. Du armer Trainer. Du musst von deiner Abenteuer müde sein. Ruh dich hier ein bisschen aus. Dankeschön. Sehr gut, ja. Das wäre ein bisschen unschön gewesen, wenn man hier bereits alle seine Heileitems aufbrauchen müsste. So, wenn es aber so ist, dass hier Wasser-Pokémon unterwegs sind, wollen wir doch gleich mal den Donnerblitz von Schlebri testen. Würde ich sagen. Ich bin schon den ganzen Tag hier und habe immer noch nichts. Nicht einmal ein kleines Knabbern. Ich hasse es einfach nur, das immer und immer wieder in meinem Kopf zu hören. Was soll es, Kind? Vielleicht kannst du es besser. Ich meine, du kannst gar nicht schlechter sein als ich. Ich nehme an, deswegen bin ich auch Matrose und kein Angler. Hier, nehmt das. Ich würde es definitiv nicht brauchen. Die Superangel. Stark. Stark. Für mich heißt es wohl zurück zum Schiffsfahrtsleben. Oder vielleicht werde ich diese Piraten finden, von denen man sagt, dass sie in der Nähe von Anglur Stadt rumlogen. Oh nein. Wie das Surf-Ninjas oder was? Vermutlich, ja. Äh, geh weg. Unten hätte es noch einen Weg gegeben, oder? Haben wir gegen den gekämpft? Vielleicht. Will ich alle Trainer mitnehmen? Nö, die kann ich dann vielleicht off-screen bekämpfen. Schutz wirkt nicht mehr, ist in Ordnung. Ah ne, hier ist bereits Ende Gelände. Dann ist ja gut. Bekämpfe den doch noch hier. Komm schon. Ich warte den ganzen Tag fischen, aber alles, was ich zu fangen scheine, sind alte Stiefel. Vielleicht vermisst diese Stiefel ja irgendjemand, Chris, ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Donnerblitz. Wobei, ich wollte gerade sagen, das ist nicht schlau, was ich da mache. Okay, ich muss trotzdem auswechseln. Ja, nee, das geht so gar nicht. Das geht so gar nicht. Nee, nicht bericht. Bitte tauschen. Er macht also ruhig. Das bringt ja nicht viel. Ganz im Gegensatz zu dem Falschklick, den ich mache. Gigasauger. Wow. Es hat gewaltige Spezialwerte scheinbar. Es bleibt bei der Psychokinese, okay. Hm. Ja gut, wir haben hier eine grosse Wasserstrecke. Und ich glaube, ich werde offscreen die ganzen Trainer hier kurz durchgehen, ja? Soweit es geht. Bevor irgendetwas Cooles passiert, werde ich dann wieder dabei sein. Aber die ganzen Kämpfe hier vor Philox. Dieser Frosch da, ne? Seht ihr euch an? Seht ihr euch an? Okay, die grösste Variante dieses Frosches vermutlich. Stark. Naja, hat vorhin was passiert. Ja, TM-Einstaller würde ich auch noch gerne finden. So nebenbei. Ja, diese Trainer, die hier rumkreuchen und fleuchen, werde ich jetzt bekämpfen. Ab und zu mit dieses Heilhaus gehen. Ja, in dieses Karma-Haus da. Um mich zu heilen, wie auch immer. Und ja. Ich werde aufpassen, dass ich nicht trigger von wegen Surf Ninjas oder irgendwie sowas. Ich werde aufpassen. Stark. Ja, um die Erfahrungspunkte mitzunehmen und auch die Träne hier natürlich abschliessen zu können. Oh, die Leine ist gerissen. Ich hoffe, das ist ein Deal für euch, oder? Weil es schwimmen hier doch noch ein paar Träne herum. Zum Beispiel der Typ da drüben. Gut, Leute. Der Plan ist bekannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute mit Pokémon Uranium. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.